Die Frankfurter Uni, sie war besonders liberal, tolerant und zukunftsweisend. Hi, hier ist die Studierendenfernsehen der Döte-Uni. Was machen Sie hier? Entschuldigung, wer seid ihr? Das Studierendenfernsehen. Das Studierendenfernsehen. Also wir sind der Hessische Rundfunk, machen Filme über die Uni, was ja nicht anders zu erwarten war. Und was macht ihr? Was ist das Studierendenfernsehen? Wir machen Fernsehen von Studierenden für Studierende. Und knatter helles Licht macht ihr. Mann, das blendet ihr euch hier. So muss das sein. Und habt ihr irgendwas dabei, das wir reingucken können? Ja klar. Warte mal, ich mach Licht. Okay, zeig her. Der Vorspann, da geht ja schon los. Ah, da guck ich doch nahe. Das ist nicht so gut. Aber das hörte auch noch nicht. Wir sind die Zukunft. Deine Spann nicht. Das ist nicht so gut. Also ist das nicht so gut. Das sind die Zukunft.